Unser Andechser Natur Heidelbeer-Kassis-Joghurt wird hergestellt, in dem die Milch auf 40 Grad erwärmt wird, mit Milchsäurekulturen versetzt und dann bei acht bis zehn Stunden fermentiert. Im Anschluss wird der Joghurt dann mit der Heidelbeer-Kassis-Zubereitung vermischt und im umweltfreundlichen Mehrwegglas abgefüllt. Unser Mann an der Glasabfüllung ist der Asem Hassanai. Die Fruchtjoghurts, die wir abfüllen, sind komplett Bio. Also nicht nur der Milchanteil ist Bio, sondern auch der Fruchtanteil ist komplett Bio. Die Besonderheit bei dem Glas ist es, dass der Joghurt eben warm abgefüllt wird und der Joghurt in dem Glas dann noch nachgreifen kann, was die besondere Cremigkeit des Joghurts ausmacht. Joghurt 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 Joghurt